ja hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ich bin wieder mit doppelt hat die drauf und Prozent wo bist du ich bin genau bei dem jetzt kommen jetzt ja 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 warte ich komme weil mir könnte es vielleicht etwas lenken das könnte am rechterlegen wie gesagt halt schnell ja ich kann nicht so schnell renn doch renn doch mit zwölf fp soll ich rennen wie soll das gehen wir bauen nur 20 fps jetzt mal alter amarsch wo bist du ich bin hinter dir baue hier holz ab wir bauen jetzt schnell den baum da ab und dann springen wir in die schluchte rein oder was ist es ja komm 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 bau du oben ab ich helfe dir das nennt man mal Teamwork du musst uns jetzt auf jeden Fall sehr beeilen weil in der letzten runde hat man ja gesehen wie scheiße es laufen kann wenn man hier runter runter ich bin noch unten bring ich da runter ich bin noch unten ich weiß ja aber stopp stopp bau ich noch schnell hier in die Spitzacke eine Holzspitzacke und zur Stelle wir bauen gleich Stein ab und dann da ist schon heißen egal bau es war so viel ab dass wir schnell hier Dings bauen können Holsteinschmerz und Dings komplett gleich Steinzeug weil das macht keinen Sinn wenn wir alt und Holz haben wir müssen uns jetzt auf jeden Fall beeilen weil ich nicht weiß wie lang es dauert wir sind hier zwar noch genug Leute einer ist schon Torrot letzte Folge war ja richtig chaotisch ja übel um wenn ich nicht immer noch eine halbe Hülsteinschmerz das soll jetzt ich brauche nur ein Stern das ist nicht passiert Bilder haben sowohl um ich würde sagen wie erst mal schnell die Scheiße abbauen alter ich bin untergefallen, hier drunter aus ne Höhle Baut es baut die Crafting Bench ab und komm hier runter Habe ich schon, da ist noch Eisen, da ist noch Eisen Ja ich baue auch keine Eisen ab ich habe jetzt gleich schon 6 oder 7 Eisen und jetzt sollten wir das sofort einschmerzen am besten und dann auch ne Full Iron Rüstung bauen Ich habe Kohle auch schon Ja ich sehe es Alter ich musste saudringend aufs Klo, weil ich jetzt gerade ne halben Minuten schnell reingesuchten habe Na frag mich mal, aber egal, wir waren ja auch noch fertig Komm mit, komm mit, da ist noch Eisen Wo? Da oben Da oben? Da oben ist auch noch Eisen Ja hier unten ist auch noch Eisen, das baue ich jetzt ab Alter, hier ist ein Zombie, hier ist ein Zombie, hier ist ein Zombie Kannst du wegschnitzeln? Ja, habe ich ja vor Der fällt Alter, da unten sind jede Menge Monster Ach du Scheiße Fuck, 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 fuck Oh, und ich muss dringend auf die Toilette Gibt nichts, du musst das jetzt durchziehen mit mir Nein Fuck, 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 ey Ich hoffe ich fall nicht wieder runter wie eben Gibt's ja nach unten, ne geht's nicht, gut, nur einfach Ähm Ja, äh, ja, äh, ja, was soll ich erzählen? Da oben ist noch, äh, Dings Erzähl Siehst du, da oben sind fast schon gesehen, ne? Ähm Ja, ich würde sagen, bald gibt's Wahrscheinlich auf unseren beiden Kanälen auch irgendwann MP2-Videos Schaut sich mal, oder? Wie sieht's aus, damit man eigentlich schon Mach mal Ja, schau Oh, schau, oh Ähm, ja Wohin rennst du? Wieso nach oben? Ja, ich hab nur, ich hab nur geschaut, ob da noch Eisen ist, aber da ist es okay, gut Ja, weil, äh Ja, Leute, ihr braucht richtig viel Eisen Wir brauchen erstmal einen Ofen, ich hab nämlich schon Zwölf Eisenmütze Ich brauch richtig dringend ein Klo Das ist wirklich, ich muss jetzt ganz ehrlich, das muss ich mehr dazwischen schweizen Ganz ehrlich, mein Kampf, bei mein Kampf gibt's ja wirklich so gut wie alles, ne? Aber eine Sache geht's wirklich noch nicht, und zwar ein Klo Du Ohne Witz Ich warte schon seit, ich warte schon seit allerersten Version auf dem Klo Ich weiß nicht, wieso, aber ich warte einfach darauf Ich hab's auch nicht, was? Zweibel noch 60 Sekunden? Nee Doch Schnell! Was ist denn das schafft man wieder nicht? Ja, egal Weiß wie viel Eisen wir da drin haben Äh, 21 Und ihr seht, die gehen einfach drauf Ich hab schnell Kohle reingeschmissen Komm, hoffentlich Was wir brauchen ist ein Eisenschwert Das ist richtig schlimm Ja, wie soll das gehen? Alter, das dauert auch viel zu lang, Junge Wir brauchen mich mehr Eisen rein Ich brauch Eisen Ich mach mir, Eisen hier Ich hab kein Eisen mehr Das ist Eisen, das ist alles drin Du darfst jetzt auch kein Eisen mehr rausnehmen Na, ich nehme auch nichts draus Ich warte, bis du es hast Und dann baust du einen schnellen Dings hier Scheiße, schaff ich nicht Doch, klar schaffst du das Du schaffst das Du hast noch 15 Sekunden Dritte Block ist fertig Nimm raus Vierte Block brauche ich noch Scheiße, nee, das schaff ich nicht mehr Das schaff ich nicht mehr Scheiße, warte, 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 warte Den haben wir aber noch Aber das ist kein Wirtsman, oder? Okay, ich hab ein Eisenschwert für mich, aber Ja, du hast dich Denkst wieder nur an dich, du hast keine Reaktion Ich renne erst mal weg Alter, ich werde gleich attackiert Nein, das gibt es nicht, das gibt es echt nicht Ohne Werte, ich spektäte dich wieder, aber Das kann es nicht geben Weiß ich nicht, die sind so eine Höhlerin, da ist einer Der ist auch mies drauf, die haben mich eben gerade mit drei Mann an die mich gelüten Ne, mit zwei glaube ich, keine Ahnung Ich hab nur noch drauf geachtet, aber der macht dich auch fertig Ne, den hast du gekriegt Oh mein Gott Ich hab gewonnen Alter, wie viele Zombien Es ist gewonnen Ja, okay Ja, aber dann hast du sauglück gehabt Da hast du wirklich sauglück gehabt Ja, Leute, ihr seht, das war jetzt wieder so eine kurze, schnelle Runde Ja, und die, ich glaube, jetzt mal wieder verteilt Die war jetzt richtig kurz Ja, aber egal Wir hoffen, es hat euch gefallen Wir sehen uns beim nächsten Mal Lasst die Bewertung da Abonniert uns Genau Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin und ciao 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 Ciao